Hallöchen Leute, ich bin's und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lootboy beantwortet eure Kommentare. Und nein Leute, ich hab's nicht vergessen, heute werde ich auch den Gewinner der Nintendo Switch preisgeben. Einige User von euch haben sich gefragt, warum ich denn keine Zunge habe und das ist eine Story, die will ich ungerne hier erzählen, weil die war mir schon ein bisschen peinlich, ich werde es hier lieber mal nicht erzählen. Aber ich hab jetzt wieder eine, schaut doch mal. Kommen wir aber jetzt mal zur ersten Frage und zwar hat der Ruse Trucks geschrieben. Heißt Tomatenmark, Tomatenmark, weil Mark Tomatenmark? Ey, das finde ich voll unfair von dir, ich habe gerade erst eine neue Zunge und soll jetzt mit einem Zungenbrecher meine Zunge brechen oder was? Aber warum eigentlich nicht? Kennt ihr einen coolen Zungenbrecher? Schreibt ihn mal in die Kommentare und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, ob meine Zunge dem ganzen Stand hält. Der Julian hat geschrieben, dass er es blöd findet, dass man auf den mobilen Geräten keine Codes einlösen kann. Ähm, das stimmt jetzt so direkt nicht. Man kann Codes einlösen, aber nur am Android-Gerät oder eben im Web. Bei iOS geht das leider nicht. Das finde ich auch voll schade, ey, aber geh einfach auf unsere Homepage, wenn du Codes einlösen willst. Lootboy.de Link ist auch nochmal unten in der Beschreibung. Der Forrest hat geschrieben, mega geil, meine Mutter hat sich abgelacht, als sie dich gesehen hat. Ähm, du meinst, wie bei deiner Geburt? Okay, sorry, der Konter musste einfach sein, aber ich fühle mich gerade mega schlecht, deswegen bekommst du, Forrest, jetzt einfach mal eine 10 Euro Paysafe-Karte von mir geschenkt, okay? Viel Spaß damit. Der Arland hat geschrieben, dass er aus 0,45 Euro gemacht hat. Ähm, ich war jetzt nie wirklich der Beste in Mathe, eher in... Lutografie? Aber normalerweise kann man die Prozente doch mega gut berechnen, wenn man eine Textaufgabe daraus macht, oder? Arland hat 0 Äpfel und sieht ab Apfelbaum 45 Äpfel hängen. Wie viele Diamanten braucht er, um alle Äpfel runterzuwerfen? Ey, aber es freut mich mega für dich, dass du auf einmal so krass viel Geld hast. Viel Spaß damit. Fade hat geschrieben, aus dir muss man ein Horrorspiel machen. Wie wär's denn mit Slenderboy? Und anstatt 8 Seiten musst du 8 Diamanten finden. Würdest du dich trauen, mich zu spielen? Würdest du? Würdest du? Würdest du nicht, oder? Du Schesser, du! Über den Kommentar von Tripax habe ich mich mega gefreut. Und zwar schrieb er, Ich muss echt mal ein großes Kompliment aussprechen, was ihr in den letzten Monaten so alles geschafft habt. Dankeschön, lieber Tripax. Es freut mich mega, wenn du Spaß an der App hast. Mir macht es auch sehr großen Spaß, hier für euch zu stehen und Videos zu produzieren. Ich hoffe, wir haben noch ganz lange zusammen Spaß. Und ihr werdet noch ganz lange Fan von Lootboy sein. Also von mir, dem echten Lootboy. Der Pro Gamers hat geschrieben, bist du männlich oder weiblich oder lootig? Ähm, darf ich vielleicht den nächsten Kommentar von Daniel Dös einmal zitieren? Er schreibt, Okay? Okay? Okay. Ja, okay. Der Tryhard schreibt, er hat 1 Euro verschwendet und 10 Euro Paysafe-Card bekommen. Ey, wenn du dir einen Pack holst und davon 10 Euro Paysafe-Card bekommst, dann war das deine Investition des Lebens. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Kommen wir jetzt zum Gewinner der Nintendo Switch. Psst, können wir vielleicht einen Trommelwirbel haben? Der Gewinner wird jetzt unten eingeblendet. Dankeschön für deinen hilfreichen Kommentar und ich wünsche dir super viel Spaß mit deiner Nintendo Switch. Wenn du beim nächsten Mal ins Video kommen möchtest, schreib einfach einen Kommentar und vielleicht bist du dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt viel Spaß beim Looten und bis dann. Tschüss! Tschüss! Schuss! Tschüss!